Okay, dann hallo. Äh, hallo? Hallo, hallo. Ja, hallo. Hi. Ich habe gehört, hier kann man hallo sagen. Das geht. Das geht tatsächlich. Ich habe letztens jemanden gesehen, der hatte einen Nickname, der hieß der, der hallo heißt. Wie kann man denn so heißen? Ich weiß, dass man das sagen kann, aber man kann... Das war auf jeden Fall ganz witzig, der kam dann in den Chat und hat hallo gesagt. Da habe ich gedacht, hi, 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 der hat ja quasi seinen eigenen Namen gesagt. Und dann sagt man hallo, hallo zu dem, wenn man hallo zu hallo sagt. Du gehst da auch nicht irgendwo in den Chat rein und schreibst Basti. Stimmt, genau. Macht überhaupt keinen Sinn. Gut, wenn man sich das vorstellen will. Es würde weniger Sinn ergeben, wenn ich das schreibe, Basti. Stimmt. Wobei du dich dann angesprochen fühlen könntest. Stimmt, wenn ich zufällig in dem Chat auch anwesend bin, dann würde das tatsächlich funktionieren. Es gibt es ja manchmal, dass Leute, mit denen du halt öfter was zu tun hast, die gar nicht mehr begrüßt, sondern haust die direkt eins in die Fresse. Genau, richtig. Wie man das halt so macht. Und der andere schlägt dann einmal zurück und dann freut man sich. Dann weiß jeder, was gemeint ist. So ist das. Genau. Das ist neumodische Kommunikation. Ja. Wir haben uns das nicht ausgedacht. Nee, das kennt ihr alle selbst aus dem Elternhaus. Stichwort nicht ausdenken. Wir haben uns die nächste Karte nicht ausgedacht. Stimmt. Die Kammer von Janbe. Janbe. Vielleicht ist es aber auch Lahn. Vielleicht ist es ja einfach nur Lahn. Vielleicht ist es ja Lahn. Lahn. Lahnbati. Genau, das B steht logischerweise für Barty. Genau, richtig. Der hat ja auch einen Bart, von daher passt das schon. Genau, es passt alles zusammen. Unsere Theorien, es ist unglaublich, was wir hier für Theorien aufstellen. Stichwort alles zusammen. Ja. Wir sollten uns zusammenreißen, denn wir reden schon so viel. Ja, stimmt. Das Spiel heißt übrigens Portal 2. Falls sich das jemand gewundert haben sollte, es ist der Custom-Koop. Falls jemand neu sein sollte, ihr seid willkommen, falls ihr da sein solltet. Richtig. Wir fangen mal an. Ja. Das tun wir. Und zwar jetzt. Haben wir das schon gesagt, wie die Kammer heißt? Nee, ne? Äh, nee. Colors. Colors 3. Colors 3. Ja, wir haben uns gedacht, die letzten waren ganz cool. Deswegen hoffen wir, dass die anderen auch cool sind. Richtig. Cool. Mal gucken, welche Farbe jetzt kommt. Ich glaube grün. Ich tipp auf grün. Hallo. Hallo. Ich höre Musik. Ich sehe Greifer. Ich sehe... Zumindest sieht es so aus. Dinge, die... Singt glättest du da gerade? Ich weiß es nicht. Nee, es ist ein Torrent-Teller-Ding. Stimmt. Oder? Ein bisschen. Oh. Ist das schön? Aber ein schönes Lied. Hallo. Hallo. Es ist Elyon hier. Das erinnert mich an... Wie heißt da hier, der Typ? Hallo. Ist es mich? What are you looking for? Dieses Ding da. Ziel, oder? Nee. Ist das Ziel? Nee, das ist Alain Ritchie. Genau. Der Typ. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Oh, das war schlecht. Das Spiel ist soterisch laut gerade. Ah, Hilfe. Warum ist das Spiel so laut? Ich weiß es nicht. Warum? Warum ist das Spiel so laut? Oh Mann. Oh, hallo Turrets. Na, ihr? Nein, ich hab ihn verpasst. Oh. Ich bin, glaube ich, verloren gerade mal. Kein Problem. Ich bin auch gerade gestillt. Irgendwas habe ich falsch eingestillt. Ah, guck mal. Da kommt doch nur raus. Nicht, dass die Aufnahme mir da jetzt vergeigt wird, aber ich hoffe mal nicht. Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Machst du überhaupt was? Ach, du hast ein Ding ins. Ach, da unten ist auch noch was. Boah, wie hoch man hier fliegt. Naja, wie ist... Ja, willst du irgendwo hin vielleicht? Du könntest hier oben über mir ein Portal setzen und dann da drüben. Irgendwo, dann würde ich da wieder drüber kommen. Brauchen wir den Würfel überhaupt? Ich weiß es nicht. What was? Was ist hier? Ach, das ist ein Ball. Okay. Puh. Danke. Das ist wahrscheinlich Quatsch, oder? Nee, kommst du hier runter? Ja. Ich glaube, den brauchen wir aber gar nicht hier. Mal so gesehen. Ist ja nicht so wild. Wir haben ihn zumindest erstmal. Na ja. Besser eine Taube auf dem Dach, als ein Spatz in der Hand. Als eine Stumme im Bett. Bitte? Nein. Wobei, das... Ich weiß nicht, wo man das sonst haben sollte. Da gab es doch irgendwann so einen komischen Spruch. Den kannte ich noch nicht. Das ist mir neu. Ich finde den aber lustig. Ja, das habe ich gemerkt. Da hüpft ein Ball. Ich bin gerade vollkommen verwirrt. Kann man das vielleicht merken, ne? Warte mal. Da kann man aber... Könnte man theoretisch Pumpe fangen. Hey. Ich habe den Ball. Aber der schwebt jetzt einfach von dannen. Ja, das ist toll. Tschüss. Tschüss Ball. Gibt es denn noch einen neuen, falls du mal scheitern solltest? Da oben ist ja auch noch Krempel. Da. Ich bin gerade vollkommen verwirrt. Ist echt schlimm. Wo ist der Ball jetzt hin? Ja, ist der Neuer jetzt komm. Er kommt immer wieder von... Nö, dann ist ja Quatsch. Dann will ich nochmal Pumpe klauen. Mach mal. Ja. Du musst es mitklauen, glaube ich. Wie denn? Es ist halt die Frage, wo das Zeug hin muss. Du kannst auf die andere Seite natürlich was machen. Hä? Klappt, da bringt uns das aber nichts. Guck mal, ein kleiner Nipfi ist durchgekommen. Nipfi, hier ist ein ganz großer Nipfi. Uau, uau, scheiße. Was tust du? Ich bin ein Stückchen zur Seite gegangen. Meine Güte. Was wollen wir jetzt mit dem euren Würfel hier? So ein Unfüg. So ein Unfüg. Oh, das geht nicht. Aua. Ja. Oh, es knarrt hier. Hier knarrt. Hast du denn irgendeine Idee mal, was wir zu machen haben hier? Ja, ich überlege gerade. Ich lass mich mal... Ich hab keine Ahnung. Haben wir denn irgendwo was, wo wir einen Würfel oder einen... Ich hab nämlich auch noch keinen konkreten O. Das war aber ungrützig. Ob man hier stirbt. Hast du noch keinen konkreten O? Ich hab noch... Ich hab noch nicht... Ich weiß noch nicht so ganz genau. Ähm... Da kann man ein Portal hin machen. Das ist aber recht egal. Und ich weiß nicht, ob sie egal ist. Ich glaube nicht, dass hier irgendeine Fläche durch Zufall... ähm... vorhanden ist. Das ist ganz schön verwirrend. Ja, aber ich find das... Vom Design her find ich das schon mal alles sehr, sehr cool. Ja. Äh, der Ausgang ist... Wo ist denn eigentlich? Der könnte da oben halt irgendwo sein. Was weiß denn ich? Wüsste ich aber nicht, dass ich sehen, ehrlich gesagt. Ja, aber wo sollte der denn sonst sein? Was auf jeden Fall eine Tür durch jemanden durchschreiten kann. Das ist immerhin schon mal mehr als keine Tür. Ja, ähm... Wir können... Ich meine, da oben ist ein Pfeil so sehr dezent gehalten. Vielleicht können wir uns da irgendwie... da dann einen Peter... dass wir durch den Peter von da aus durchschweben. Und dann setzt man den Peter dahin um. Und dann kommt man da irgendwie hin. Und dann ist gut. Wobei, das... Ist der... Das Ding macht nicht die Portale weg. Sehr gut. Äh. Okay, ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Hast... Haben wir schon alle Knöpfe gedrückt, die man hier drücken kann? Hast du den schon mal gedrückt hier? Ja, da kommt... Äh, genau. Okay. Ähm... Das ist Spied. Aber... Das ist doch gar nicht... Ich will eigentlich... Was will ich eigentlich? Das ist eine Frage, die man gar nicht so leicht beantworten kann. Wir brauchen Spied auf jeden Fall da hinten, glaube ich. Da ist so eine... So eine... Bahn mit so einer Rampe vorne dran. Ich wollte eigentlich, dass ich da mal eben rüber schwebe. Aber ich glaube, ich komme da überhaupt nicht hin, hier vorne. Na doch, von hier. Wo von hier? Du bist gerade gestorben. Ja, ja. Normalerweise von da drüben, wo der Würfel hoch und runter... Mach mal so. Ups. Hey. Das... Was war das? Das ist ja... Ich wurde angeschossen. Magst du hier oben ein Portal und da hinten eins dann machen? Ich tue es. Da hinter den Dingens. Und dann möglichst schnell auch, also wenn ich halt Bescheid gebe, dass man da wieder dann runterkommt. Äh, dahin. Äh, jetzt. Hä, hä, hä? Ich konnte... Äh? Was? Das kam erst später an. Ich meine, das ist auch schön hier, aber... Ja, ja, nee. Das hat... Im ersten Mal... Ich glaube, die ganze Speed-Geschichte brauchen wir hier für diese Schrägen, dass man da immer wieder hin und zurückkommt. Ist die... Ist der Peter jetzt da drüber? Äh, der ist... Äh... Ja... Gut. Genau. Warten Sie kurz. Meinst du, ich kann hochspringen oder was? Ah, nee, Speed, ne? Ich müsste doch jetzt eigentlich hier was holen können, oder? Warte mal. Ich hätte auch den Ball vielleicht mitnehmen können. Genau, du müsstest jetzt orange und das... Orange. Ah, nee, verdammt, das geht ja jetzt nicht. Warte. Du musst das zu zweit machen. Kommst du ran? Ja. Sehr gut. Äh, allerdings... Doch, das geht. Erstaunlich. Und das gleiche Problem wie vorhin. Wieso kommt es da nicht durch? Weiß ich nicht. Ich will diese Gelände immer noch lustig dir dann hochklappen, wenn man da unterwegs ist. Hast du es ausgemacht, oder was? Nee, nee, das läuft noch. Ah. Das hat aber nicht gereicht. Okay, dann mach doch noch mal. Äh... Mach doch noch mal. Mach ich auch. Machen Sie einfach noch mal ein bisschen. Mada na ma. Mada na ma. Ja, das war nämlich eben unterbrochen hier. Genau, jetzt ist auch wieder hier unterbrägt. Bei mir ist nur so ein ganz kleiner Nupsi ist da nur drin. Ab und zu mal. Ist es hier... Ein paar Tröpfchen. Wie von einem Rentner. Das ist falsch hier. Oh, das weiß ich. Nicht der Rentner, sondern die Tröpfchen. Also, dass das hier nicht getroffen ist. Ich weiß gar nicht, ob das Angeschräge überhaupt kann. Sind die Wände alle schwarz? Schwartz. Ja, ich weiß es nicht. Schwartz. Ich denke mal, an der Spiegel brauchen wir blau, ne? Jetzt ist es da angeschrägt. Äh! Ja, das sah gut aus. Ich glaube, wir brauchen schwarz da an. Äh, blau da an der... Ähm... Dings. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hatte halt nicht Full Speed drauf hier. Das war davon weit entfernt. Das ist zumindest ein bisschen entfernt. Ein bisschen weiter halt. Ich glaube, von hier ist es tatsächlich einfacher, das abzuschätzen, wo das genau ist. Äh. Oh. Das müsst ihr jetzt alles getroffen haben. Und hier, diese Schrägen... Hab ich halt noch keinen belassenen Schimmer, wie das... Ne, ich weiß auch nicht. Da springt man ja sonst wohin. Na ja, vielleicht im Sinne von, dass... Man könnte gucken... Ähm... Dass man das hier vollpumpt. Wobei hier, doch da oben... Kommt, komm mal da hin. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ne, das passt nicht. Das passt leider nicht. Ich weiß es auch nicht. Äh, dass man da mit dem Peter sonst hätte hingehen können. Vielleicht kann man da auch so einfach mal durchfliegen. Ähm... Aha, aha. Okay. Aua. Ich hab keine Ahnung, was das war, aber es war interessant. Kann man nicht einfach... Ich glaube, wir versuchen das einfach auch mal komplett falsch, oder? Kann das sein? Oh, hier geht es ja nicht weiter, verdammt. Wobei wir halt nicht sagen können, ob es falsch ist, weil wir nicht wissen, wie es richtig ist. Aber wir sterben, glaube ich, viel zu oft. Ach na ja, das ist doch... Da oben sind auch hier... Das sind Pfeile, ne? Da ist da schweben. Muss man noch etwa hoch, oder wat? Oh. Da so. Ja, ja, ja. Ich hab's gesehen. Ich hab aber trotzdem keine Ahnung, was wir damit machen sollten. Ja, vielleicht ist da der Ausgang. Das wäre allerdings ein bisschen seltsam. Und hier haben wir auch keine Portale, ne? Ich meine, keine Portalflächen, wo wir da irgendwie Ruhe latschen können. Ne. Was ist denn aber da drüben? Ich werde mal hier versuchen, dass ich da hinkomme. Hast du das jetzt... Hast du mein Portal grad weggemacht? Jetzt gerade nicht, aber davor. Weil ich was probiert hab. Ich muss ja erstmal prüfen, bevor du hier eine Maschine nutzt. Musst ja erstmal prüfen, ob du auf voll Funktionstück führst. Ja, weil mein Portal plötzlich leer war. Jetzt auch schon wieder. Ich hab nichts gemacht. Hast du nichts gemacht? Ist da irgendeine Fläche drin, oder was? Ach so, ne? Hast du da hinten das hingesetzt? Ja. Na, da fährt doch die ganze Zeit ein Kraftfeld hin und her. Ja, aber stellenweise funktioniert das doch. Oder wenn man das auf den Weg weg... Warte, 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 warte. Jetzt ist es wieder weg. Ne, bei mir nicht. Das ist der seltsame Teil. Jetzt ist es weg. Ja. Wenn es offen ist, dann geht es weg. Warte, dann machen wir das so. Aber warum nur dann? Warte, warte, warte. Ne, auch nur wenn es zurückfährt. Ach ne, das ist von der Höhe her. Ne, jetzt hast du das wieder zugemacht. Ne, warte, warte, warte. Warte, sag mir... Warte, ich sag dir mal, oder... Ja, aber fährt das denn überall, oder ist das nur die Mitte da? Sieht nur nach der Mitte aus. Meinst du, wir sollen das timen, weil ich da springe, oder was? Warte mal, ich sag dir mal, ich sag dir jetzt gleich jetzt, und dann springst du, und dann müsste es passen. Ja, dann mach mal. Und zwar jetzt. Mhm. Ah, zu weit. Ich hab die Kante noch mit dem kleinen Finger anfassen können. Dann, dann setz doch, äh, setz doch da unten einfach mal den Peter hin. Das kannst du ja machen. Peter. Ah, Peter. Eigentlich müsste es ja voll reinfallen. Ah, Peter. Ich weiß es nicht. Warte, warte. Ja. Und zwar... Warte. Ja. Ich warte. Jetzt. Boing. Ah, ich wurde angeschossen. Oh, ich bin richtig. Ich bin falsch. Die Turtles nerven an der Seite da. Ich glaub, da muss man auch nochmal hin. Äh, warte. Warte. Warte, du leise. Ich kann nicht mal schießen von hier aus. Nein. Oh, das wird falsch. Hä? Warte, ich hol dich mal rüber. Nee, 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 nee. Jetzt ist, jetzt ist es richtig. Und zwar... Äh, nee, das ist falsch. Ah. Boah, ey. Ich wollte zu den Turrets. Ich wollte die umboxen. Kann ich hier drüber springen vielleicht? Warte mal. Mit per Hand. Gibt das? Ich bin da. Das ist auch gut. Ja, so hab ich das auf der anderen Seite auch schon gemacht, weil die Nerven sind. So ein bisschen. So, äh. Aber wie wenig produktiv wir gerade mal sind. Ja. Geht richtig gut voran. Was haben die Schrägen halt hier mit Aufsicht? Ich finde das nicht gut. Ich weiß auch nicht. Vielleicht will die Plattform hier wegfliegen. Ja, ja. Du meinst, das sind Flügel. Genau. Ich weiß ja nicht. Ich glaub, die werden ein bisschen zu klein. Wobei schwebt die eigentlich? Nee, steht die wahrscheinlich auch auf solchen Ständern. Die alle total stabil aussehen übrigens. Ja, äußerst. Ja. So, komm, wir kriegen dich jetzt nochmal da rüber. Ja, da rüber. Meinst du? Will ich denn überhaupt hin? Ist die Frage. Wir können das mal probieren. Ja, klar. Ähm. Wahrscheinlich fehlt dir noch irgendwas. So, ich komme da sowieso nicht an die Stille hin. Äh. Ach so, stimmt. Du hast heute mir das gemacht. Ich verstehe. Springen Sie bitte. Äh, warte. Ja, du bist schon da. Sehr gut. Ja. Und zwar, äh, jetzt einmal springen. Oha. Ach, super. Ich kann da direkt rüber. Flubbel, 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 flubbel. Wahrscheinlich ist da zu. Nee, hier ist ein Schalter. Ui. Ui. Toll. Ah. Äh. Wir brauchen den Würfel, denke ich mal, da drüben. Ne? Warte mal. Guck, ich kann hier drüber stecken. Ja, aber hier passiert irgendwas. Das sieht aus deiner, wenn ich in deine Sicht schaue, sieht es ganz seltsam aus, weil bei dir alles schwarz ist außenrum. Ja, das war bei dir auch. All schwarz. Äh, warten Sie mal. Hier ist Alice Schwarzer. Alice? Aber irgendwas muss dir doch passieren. Da, ähm. Da, ähm.